jo leute was geht ich bin es wieder euer simon und ja heute sind wir auf dem bikepark ramasweier und ja ich zeige euch mal so sieht das ganze vom starthügel hier aus und wir fahre heute der flow trail und der geht da vorne rein und da gibt es solche kleine sprünge immer die sind so blöd abgerundet und die kann man eigentlich kaum springen und deswegen springe ich die nicht sondern über rolle aber die zwei table springe ich und war dann da rechts rein ganze startet hier auf so einem starthügel und fangt an mit zwei so table und ja genau let's go das sind eben die süße jumps die überroll ich jetzt einfach jetzt hier rein perfekt jetzt hier ganz schön dunkel so ein sprung woa gesendet woa gut im auk hei hei und weiter gehts langsam fahren hier uuuhu nice auf jeden fall hier der flow trail komm mal jawoll jawoll der pumptrick ja wohl ja wohl pumtrick oh muss man jetzt reden kommt man hier raus ja genau das war's mit dem flow trail hier in ramasweyer und ja genau ich hoffe es hat euch spaß gemacht und ja bis zum nächsten mal